So Freunde, willkommen zum zweiten Tag des Sturmangriff-Turniers. Alles sehr schnell, drei Sterne und Gelb ist gesperrt. Mir ist mal eingefallen, wir sind genauso gestartet wie im letzten Turnier. Erster Tag zwei Niederlagen und am Ende haben wir es beendet mit drei Niederlagen. Ich hoffe, dass wir das wieder so machen können. Ich meine, es war tatsächlich auch genau an das Gleiche. Die letzten beiden am ersten Tag verkackt und danach haben wir eine Serie gestartet. Okay, gut. Also Defensive läuft wieder mal. Tatsächlich die letzten Defensiven von den letzten vier, fünf Turnieren alle A. Also da habe ich im Moment wohl ein gutes Gespür, gutes Händchen. Es war noch relativ früh, ne? Zweiter Tag, aber mal sehen. Hier, da müssen wir ja dran arbeiten. Ich bin gespannt. So und das sieht erstmal, Level 41, okay. Das sieht erstmal nicht so schlimm aus. Ja, wir werden sehen. Mit dem Blauen kann ich tatsächlich spielen. Gegen Jahangir, Strauchbär für für Evil, Ulma und Oberon und Jahangir auch an sich. Ja und Sarrel bleibt da drin. Das heißt, Strauchbär 6, R6, Nordry 7, R7. Richtig? Nee, er nicht. Er ist auch 6. Max. Hm? War ja gestern gemacht. Was ist denn mit ihm hier? Naja, er würde so oder so da bleiben. Okay, gut. Dann auf geht's. Das ist ein Gegner, gegen den darf ich eigentlich nicht verlieren. Eigentlich nicht. Aber wenn wir hier keine Steine kriegen, dann zerstört uns auch Jahangir, ne? Wenn der mehrmals auslöst. Ich guck erstmal, ob ich irgendwie 6 Grüne zusammenkriege. Wenn ich die Grünen spiele, dann ist der Blaue hier, der Blaue, also dieser Blaue ist hier. Der rutscht hoch, ist hier, hätte ich 4. Wenn ich dann die Bombe mache, die setzt sich hier hin. Dadurch rutscht der hier hin. Ah, ich brauche aber 6. Hilft mir nicht. Ich kann die Gelben spielen. Danach spiele ich die. Dann sind die zusammen. Dann habe ich hier ein grünes Match und hier ein grünes Match. Dann hätte ich einen Strauchbären zu messen. Ich glaube, das ist auch der Weg, den wir gehen werden. Okay, so haben wir mit dem ersten Move den Strauchbären an. Das ist natürlich optimal. So, jetzt werde ich die hier spielen. Dann habe ich die Chance, dass hier unten ein Blauer kommen kann. Theoretisch wäre das sogar auch hier möglich. Aber dann spielen wir unter True Evil, will ich erstmal noch nicht. Wenn wir hier die Chance haben, dass Blau kommt, wäre das gut. Ansonsten ziehen wir uns die hoch, können dann entweder so machen oder so spielen. Okay, da ist jetzt kein Blauer nachgekommen. Dann überlegen wir mal, wie wir es am besten machen. Wir können das so spielen. Weil, dann sind die weg. Dann würden wir hier die Gelben machen. Dann rutscht der hoch und dann hätten wir hier nochmal ein Blaues. Dann können wir das so machen. Ja, klar, perfekt. Sogar in einem Move. Jetzt haben wir hier sogar 4. Der Spot ist weg. War das Jahangir und seine Zaubererklasse? Finde ich nicht in Ordnung. Weil das Gift kann ich nicht cleanen. Das ist das Problem. Ich weiß nicht. Nicht dramatisch, glaube ich. So, mit Sarrel. Jetzt machen wir keine Kom... Na, auf. Bitte. Aber sie muss natürlich heilen, ne? Ich sollte ihn eigentlich wegkriegen, bevor hier was passiert. Aber weißt du was, dann lasse ich ihn jetzt feuern. Jetzt heilen wir. Das müsste eigentlich reichen, um ihn zu killen. Okay, gut. So. Alles klar. Interessant. Na, ah, ne. Gar nicht interessant. Ne, sie braucht ja 7. Alles gut. Alles gut. Die 3 geghosteten haben für ihn gereicht, aber sie braucht ja 7. Ich war gerade dabei, dass sie auch nur 6 braucht. Alles gut. Ja, ich mache da jetzt gar nicht so einen Spokus, dass ich da reinspiele. Ich ghoste erstmal, weil dann habe ich Karil an und dann sollte das Match durch sein. Okay. Gut. So, jetzt wird es interessant. Jetzt haben wir wieder einen Tree Evil, zwei Slayer. Die beiden würde ich erstmal keine Embleme drauf. Würde ich erstmal als nicht zu machen. Unbedingt gefährlich einstufen Die Seite schon Also wenn wir eine Seite killen, dann die Gelb können wir nicht nehmen Halo sollte ich mitnehmen, zumal er auch mit 6 Steinen voll ist Die Frage ist, was wir hier mit den Schwerpunkt grün So spielen, das ist natürlich wenig Schaden Das ist voll auf Defensive ausgelegt Hier Heilung, er mit Schutz und Überheilung Er klaut Mana Man könnte natürlich auch Dawn nehmen Dawn ist mit wie viel, äh mit 7 geladen, okay Das gleiche wie Fast, der ist auch mit 7 geladen Da können wir es mal so probieren Das ist ja trotzdem relativ defensiv Vielleicht Wir müssen dann über die Steine kommen Aber wenn wir überleben Irgendwann haben wir die Kombos Hoffe ich Und können einen nach dem anderen dann irgendwie rausnehmen Ein bisschen risky Also Zarril und der Strauchbär bleiben auf jeden Fall Das ist klar Die Frage ist, was wir mit den anderen 3 machen Ein Killerkommando habe ich im Endeffekt nur in blau Mit Nordry und Karel Die Roten killen nicht Ja, Hangir killt nicht mit Mondfalke zusammen Wer da so ein bisschen reinballern kann, wäre er hier Wenn ich das Mana irgendwo suchen muss Dann hat er nur 2% Mondfalke und Jahangir Wäre natürlich mit 6 voll Ich spiele so Ich spiele so Ich gehe auf die defensive Weise Ich weiß Ich bin mir nicht sicher, aber Wir gucken mal Das sieht eigentlich gar nicht so geil aus Rot hätte mir aber auch nicht so wirklich viel gebracht Wir spielen die blauen In der Hoffnung, dass hier vielleicht grün kommt Oh nein, kein Disconnect Danke Wir spielen die blauen In der Hoffnung, dass hier grün kommt Und den blauen nach oben bringt Dann hätten wir 6 blaue schon mal für Halo Okay, passiert alles komplett anders Als erhofft Das war gut Muss mal gucken, ob wir Hier kann ich mir jetzt natürlich dann Ja, okay Das können wir so erstmal machen Erlöst zwar aus Aber das kann ich ja jetzt erstmal Weg machen Und dann spielen wir die 4 Hoffen auf keine Kombo Okay Gut Das war in Ordnung Da haben wir schon mal den ersten Kleinen Schritt gemacht Wir machen Phas an Wir machen ihn an Und hauen Zagel drauf So Okay Nächstes müsste ich Wäre schön, wenn wir ihn wegkriegen würden Aber ich glaube, das passiert erstmal noch nicht Der Vorteil ist jetzt Dass wir in 3Evil rein spielen können So Okay Leider reicht es immer noch nicht Ist der irgendwie doppelt gebraked oder sowas So Okay Mal hier gucken Das sollte hier Eventuell reichen Obwohl Ja doch Okay Puh Schwein gehabt So Größte Gefahr Erstmal erledigt Jetzt sind die hier natürlich noch da Also ich muss auch immer einen Blick auf den Strauchbären haben Dass der gegebenenfalls auslösen kann Bevor die dann feuern Nächstes Ziel wäre Er hier Aber Wir haben jetzt nicht vom Vom Dax da das Mana geklaut Das heißt, wir fangen da jetzt im Endeffekt wieder ein bisschen von vorne an Okay, reicht das? Gut Okay Warte mal, ja Jetzt Lösen wir sowieso aus Dann spielt er halt auch rein Das Ding ist, ich hätte vielleicht nicht Dornen neben den Strauchbären machen sollen Weil der Strauchbär alles abkriegt und dementsprechend auch immer eine Eule weg ist Hätte ihn vielleicht Hätte er Die tauschen müssen irgendwie Dann hätte ich immer meine Eulen behalten Das wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen Schaut So, ich gehe jetzt einmal mal hier hin, dass er seine Steinhaut da verliert Das war sehr gut Das passiert übrigens auch, wenn Minions ihn treffen Das ist eigentlich eine ganz nette Sache So Jetzt Heißt es hier einen nach dem anderen Eigentlich haben die gar keine Chance mehr, weil Ich meine Eulen habe Ja, und jetzt gehen alle drei Eulen natürlich Natürlich auf Maver Gut Dann, äh Kannst du den anderen dann auch nicht ausschalten So, okay Brauchbär an Machen wir hier nochmal Aber das muss ich mir gleich merken, dass ich Dornen nicht neben den Strauchbären packe Aber siehst, wie schnell er wieder voll ist, ne Der da für einen, für einen Boost kriegt durch seinen, seinen Stapel Im Moment kille ich ihn mit, versuche ich ihn zumindest mit Minions zu killen Bald kriegt er auch immer noch ein bisschen Leben Okay, puh Frosty, okay Level 35 Interessant Zweifach gebreakter Jing Dann müssen wir als erstes irgendwie gucken, dass wir ihn rauskriegen So, wir spielen mit Grün Ja, das Ist ja so erstmal in Ordnung Ich brauche aber eigentlich keinen Strauchbären Nee Saril würde ich schon mitnehmen Wir können Anderweitig mit Grün spielen Fass ist Auch nicht unbedingt vonnöten Okay, gucken wir mal Was hätte ich denn als Alternativen in Grün Ich hätte natürlich ihn Und das war es auch schon Okay Was, dann nehmen wir Fass trotzdem mit Halo Nehmen wir den auch mit Oder komm, wir spielen auch mit Frosty Warum nicht Jawohl, nee, warte mal Nee, der Clou ist ja mit 6 Steinen voll zu sein, ne Deswegen nehmen wir doch Halo wieder mit So, hier sieht das Ah ja, gut Du bist Slayer Bei dir ist alles anders So Okay Gut, auf geht's Mal gucken Wir hätten auch Rot spielen können Bei zwei Grün Aber wäre vielleicht besser gewesen Naja Weiß ja vorher nicht Wir machen erstmal die Grünen Matches Die Offensichtlichen So Jetzt Denken, denken Hier einmal hin So Okay Dann gucken wir mal Machen wir Zarl schon mal an Und dann gucken wir mal Wie das hier aussieht Okay Wir spielen die Lilanen Straight rein Und gucken mal Ob hier unten Grün kommt Ob hier Blau kommt Alternativ könnte ich natürlich auch Die hier spielen Dann geht das direkt in Blau Aber das killt nicht Deswegen will ich hier erstmal gucken Okay, da kommt gar nichts wieder Machen wir das jetzt so Da haben wir nämlich eine Combo drin Die Einstein leider zu Spät ist Aber das sollte Reichen Eventuell Ja Okay Gut Bjorn löst aus Dann machen wir hier mal ein bisschen Platz auf der Seite Gucken was passiert Sehr schön Grün Blaue Combo Ja Alles gut Wir widerstehen allem Jetzt kommt der Dude da hinten Mal gucken wie viel Schaden der macht Ah, der hat Attackdown drauf Erstmal heilen Dann machen wir Fast an Dann machen wir Dawn an Und gehen auf ihn Okay Schauen wir mal ob Blau reicht Für Grün Ne Schade Schauen wir mal so Okay Ja Bjorn Ich habe keine Steine unter dir Du musst noch warten Gedulde dich Du stirbst gleich Okay Wir arbeiten hier an Blau Schauen wir in Blau rein Ja, ne Können wir eigentlich machen Machen wir das so Dann können wir auch noch eins ghosten Das passt dann auch Halo brauche ich gerade nicht unbedingt Und dann kümmern wir uns hier um unseren Mr. Double Limit Break Was ihm am Ende nicht viel geholfen hat Okay Gut Also man sieht Doppel Limit Break Haben wir jetzt gut im Schach gehalten Mit dem Attackdown Ja Aber Die sind jetzt glaube ich noch nicht so Krass der Game Changer Ne Jo Das ist auch ein relativ defensives Team Wobei Zarrell und Rufus Ja Da sollten wir doch schon Vorsichtshalber Den Strauchbären wieder mitnehmen Weil ich glaube ich Bei der Aufstellung auch bleiben wollen würde Die ist sehr defensiv Aber wir gewinnen halt Meistens unspektakulär über Zeit Und das ist eigentlich das Was ich ja will Wir wollen hier zwei Blaue Wir haben drei Grüne Zwei Rote Wir haben zwei Blaue Farbtechnisch auch in Ordnung Okay So wir spielen die Gelben hier Dann haben wir hier drei Grüne Und eventuell haben wir durch den Kanal hier Dass da noch irgendwas kommen kann Vielleicht kriegen wir hier unten sogar vier Verschalkungen Okay erstmal kriegen wir da nichts Dann machen wir das noch Okay Jetzt spielen wir das so Schade Ich dachte da kommt noch Kommt noch vielleicht irgendeine Kombo durch Ist aber nicht Blimm So Schauen wir das alles mal an Da haben wir die eine Eule bei ihm Äh Feuern wir erstmal Posten werde ich gleich noch Ich wollte gerade sagen Geh nur nicht auf Zarre Sonst ist das wieder witzlos Aber Ja Wem erzähle ich das Und auf Halo Aber er macht einen Begleiter Du kleiner Freak du 159 Das haut schon rein So Wir machen das nochmal an Und feuern jetzt hier Gründorf Ach jetzt habe ich wieder Jetzt habe ich wieder den Strauchbär neben Dorn gestellt Es ist schön Dass ich das immer sage Was ich Ändern will Und es dann aus Prinzip Irgendwie nicht mache Ja Jetzt überleben glaube ich So Wir haben genug Heilung Alles entspannt Wir haben alles Überheilung Wir sind fast doppelt voll Niemand wird auslösen Läuft Ja Werden mich nicht beschweren Was ich jetzt mache Ich packe einfach Den Strauchbären Ich packe den jetzt einfach Ganz nach außen So Dann brauche ich mir jetzt In der nächsten Konstellation Gar keine Gedanken machen Aber erst mal so Truppen gucke ich mir sowieso Gleich eh noch mal an So fast Dann müssen wir natürlich Mit Rot reingehen Er macht geteilten Schaden Das ist natürlich Undankbar Alles defensiv Nur defensive Dudes Geteilter Schaden Dodge Heilung Verstärkte Heilung Und Immunität Minions und Heilung Und Tree Evil Da brauche ich eigentlich Keinen Strauchbären Da muss ich Hier volle Lotte Attacke Um einen nach dem anderen Raus zu snipen Gut Halo würde ich mitnehmen Für Tree Evil So Dann Geht er doch raus Dann kann ich Halo ja doch In die Nach außen packen So Dann würde ich eigentlich Sagen wir gehen mit Schwerpunkt Rot rein Nehmen die raus Und spielen dann Und spielen dann Du gehst auch nochmal raus Du kommst gleich auf die andere Seite Wir nehmen mit Jahangir Wir nehmen mit Mondfalke Und Skrikok Und hier hinten Packen wir Halo hin So Ich habe mit den beiden Zauberer Klassen Ach ne Das ist gar nicht die Zauberer Klasse Überlegen das Verzögern Wer war das denn Der das machen konnte Ach das war hier Wer ist das ne Ey warte mal Was war das denn Welche Klasse ist denn da Mayanna Ähm Wer macht das denn Ist das nicht diese Klasse Der Mönch war das nicht Der Mönch macht das mit Schaden Weil ich jetzt hier Kein Kein Supertalent drauf habe Ich glaube das ist aber Das ist die Klasse Ja weil es ja kein Season 1 ist Ach ja Ach je Warte mal Das muss ich mal eben Einmal gucken Das würde mich jetzt mal Interessieren Habe ich jetzt hier Durch Zufall Irgendwo ein Season 1 Hier Ja Ja da Alle aktiven Boni Okay Ich Dacht schon Ich fall jetzt hier Und glauben ab Dass das gar keiner mehr Auf einmal kann Gut das ist natürlich Dann hier ein bisschen Blöd Ich bräuchte jemanden Der geteilte Schaden Von Basel Da kann ich mich dann Tatsächlich dran aufreiben Da kann ich dann auch Deswegen Eventuell Verkacken Warte mal Ja Hangier vielleicht raus Ein der Was wärst du Du könntest das Kontern Warte mal Ich muss einfach Einmal ganz kurz gucken Was macht Macht Basel Das nur bei Den eigenen Ich brauche hier Ich brauche hier Ein Boni Entferner Irgendwie In irgendeiner Art Und Weise Ich nehm ihn mit Oh das ist ein ganz Interessantes Team Hier was Ja Albert Ich fragte er nicht Gewinnt Oh Gucken wir uns das machen So sie ist mit 6 voll Er ist mit 6 voll Er ist mit 6 voll Er ist mit 7 voll Sie ist mit 7 voll Okay Ja ich Guck mir jetzt einfach Marco Da wird es jetzt auch Ein 10 Minuten Kampf So Okay Wenn ich die blauen spiele Geht das gleichzeitig In rot Könnte aber auch erstmal Hier unten das rote Match Machen wir das erstmal so Dann spielen wir jetzt Die blauen Okay Das war natürlich Umso besser Jetzt haben wir schon mal Mondfalke an Jetzt kriegen wir aber hier Das rote Match Nicht mehr Ähm Wie machen wir das Da am besten Ist egal Ist nicht schlimm Machen das erstmal so Da können wir jetzt aber Mit Yuka Hain Erstmal Das alles wieder Entfernen So und jetzt sind sie Immun dagegen Okay Jetzt arbeiten wir daran Unsere roten Matches Zu kriegen Und dann eventuell Auch mit Skrikok Da Action Zu machen Ja das ist jetzt Natürlich nicht so geil Dass da jetzt wieder Minions gemacht Das ist halt das Problem Ich werde irgendwann Auf einen Tree Evil treffen Der da hinten Doppeltes Leben hat Deswegen Halo Hebe ich mir erstmal auf Solange wie ich ihn So aktiv Nicht brauche Da passt es wieder Am Start Das könnte Ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen Hier Dafür habe ich mir Halo Aufgehoben Ich bin kurz davor Immer fast zu kriegen Und dann ist er mir Wieder entglitten Der Typ So da dürfte Jetzt nichts passieren Sehr gut Ach die sind gerade Alle ausgewichen Okay Jetzt kommt wieder Heilung Ach das ist wieder So ein richtiger Dulli Kampf Das passiert halt genau Das was ich Schon gedacht habe Von Anfang an Ich bräuchte halt aber Dann auch wiederum Steine Das Das Habe ich auch Klar Ich kriege jetzt hier Erstmal wieder Nichts Das ist jetzt so Mythischer Titanniveau Hier gerade Dass ich nix kriege Ja Kommt ein Autotech durch So wir heilen wieder Wir machen die Heilung an Und gehen dann Wieder drauf Ganz fröhlich Hauen wir da wieder drauf Immer drufter Ich brauche halt eine Kombo Brauche eine rote Kombo Ja sowas Genau Ja Das habe ich gebraucht Sehr schön Vielen Dank Vielen vielen Dank dafür Jetzt sind wir Eine Nervensäge los Jetzt müssen wir gucken Wie Machen wir das Das ist halt jetzt Ja Ein Zeitspiel Sozusagen Vor allem die haben jetzt Alle doppeltes Leben Da müssen wir jetzt auch Erstmal uns durch prügeln Das ist alles Nicht so einfach Wir machen Mondfalke an Und gehen jetzt erstmal Auf ihn hier Er wäre jetzt Mein nächstes Victim Sozusagen Schön Sehr schön Der ging deutlich schneller Von der Hand So der Trievel da hinten Löst aus Deswegen können wir da Reinfeuern Wir haben wieder Halo am Start Okay Machen wir das so Und so Muss das sein Hallo Musst ihn doch nicht Sofort wieder Frigern Ah Dann ist auch egal Jaja Fünf Minuten übrig Ja Das habe ich mir gedacht Dass Dass das ein Längerer Kampf wird Das dachte ich mir schon Aber wir sind gerade Am guten Weg So Okay Machen wir die hier noch So und dann kriegen wir auch Aquila weg Warum 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 sage ich das denn Warum Warum mache ich wieder Diesen Fehler Einfach so Selbstsicher zu sagen Wir kriegen sie weg Wir heilen einfach mal So Halo an Halo an Mondfalke an Jukahein an Saril an Und Skrekok Der Rattenwahnsinn Beendet Oh Oh Das war Ja klar Die Leute triggern Willst Ja Und natürlich Level 44 Alles vollkommen in Ordnung Ja Der bricht seine drei Sterne Ist Völlig legitim in dem Fall Und es ist An sich eine gute Defensive Die halt wirklich nur auf Zeit aufgebaut ist Und du hast halt nicht Diesen Luxus Dass du so richtig Geile Stacks hast Wie bei 5 Sterne Dass du da mal eben So eine Seite rausnehmen kannst Das geht wirklich nur Über Zeit Und über kontinuierlich Ein nach dem anderen Aushauen Mit Steine Glück Und das ist natürlich Immer so eine Sache Das ist ein bisschen tricky So Okay Was haben wir hier geschafft Midgard 5 verschiedene Helden Okay So Mein Freund hier ist erstmal fertig Limit Break könnte ich machen Das Ding ist Ich müsste nochmal gucken Was brauche ich an Limit Breaks Wenn ich Jemanden Auf die zweite Stufe bringen will Ich meine Ich habe jetzt noch keinen Perfekten dafür Aber Die sollte man jetzt Vielleicht nicht unbedingt Permanent Rausschmeißen Die Breaker Mal gucken Ich muss auch noch Ein geeignetes Team finden Ich habe ein bisschen Rumexperimentiert Mit ihm Da hat er mich noch War schon gut Aber Irgendwas hat mir Da noch gefehlt Vielleicht machen wir Da noch ein Video Wo wir mal gucken Wie das Wie das mit ihm läuft Bis dahin würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Und wir sehen uns Macht's gut Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal